Sie meinen, Sie wissen alles Wichtige zur DSGVO? Dann beweisen Sie es mir. In diesem Quizgame werde ich Ihre Datenschutzkenntnisse auf Herz und Nieren testen. Neun Fragen gilt es zu meistern, wenn Sie sich am Ende Datenschutz-Superchecker nennen wollen. Begriffe aus der DSGVO, Datenschutzregeln, Anwendungsfälle, auf all das müssen Sie vorbereitet sein, wenn Sie nicht frühzeitig ausscheiden wollen. Denn auch die Joker sind rar gesät. Wollen Sie es versuchen? Einfach wird es nicht, so viel ist sicher. Aber Spaß werden Sie haben, das garantiere ich Ihnen. Bis dann!